Musik Jetzt ist er endlich da, der heilige Abend, der 24. Wenn ich mir so unsere Krippe betrachte, stelle ich fest, wir haben jetzt viel über all diese Figuren nachgedacht. Und am Ende doch eigentlich nicht genug gesagt. Wir haben auch viel Fantasie entwickelt, was diese Figuren betrifft. Aber am Ende, wenn es wirklich echte Menschen wären, muss man sagen, wir haben sie als Stereotypen behandelt. Zur Krippe Christi, zur Geburt Jesu, an den Stall von Bethlehem, sind echte Menschen gepilgert. Und jeder von ihnen hat seine ganz eigene Biografie mitgebracht. So viele unterschiedliche Lebenswege, auf denen auch wir unterwegs sind. Überlegen wir mal, wo hat der Pilgerweg meines Glaubens angefangen? Wo hat der Pilgerweg meines Weges nach Bethlehem, zur Krippe, zu diesem Weihnachtsfest dieses Jahr angefangen? Was hat mich bewegt, mich auf den Weg zu machen? Wer hat mich ermutigt? Wenn ich mir die Figuren hier anschaue, bin ich sicher, die haben sich nicht alle gleich motiviert auf den Weg gemacht. Da wird es den einen oder anderen gegeben haben, der mutig vorangegangen ist und andere, die einfach mal mitgelaufen sind. Da wird es auch Leute gegeben haben, die ein bisschen skeptisch zur Krippe gekommen sind und gesagt haben, was soll ich hier eigentlich? Da hätte ich auch draußen auf dem Feld bleiben können. Da wird es alle möglichen Leute gegeben haben. Und ich bin sicher, jeder, der hier angekommen ist, ist auf jeden Fall beschenkt worden von dieser Begegnung. Und das ist meine große Hoffnung für das Weihnachtsfest. Dass wir nicht verächtlich auf die vielen Leute schauen, die vielleicht mit uns die Liturgien besuchen und vielleicht, wo wir geneigt sind zu sagen, ach, was machen die jetzt hier, die kommen doch das ganze Jahr nicht oder was auch immer, ist egal. Hier hat sie ihr Weg hingeführt. Hier hat uns unser Weg hingeführt. Und ich bin überzeugt und habe die große Hoffnung, dass wir alle mit einer kleinen oder größeren Gotteserfahrung aus diesem Weihnachtsfest herausgehen. Dass wir alle von diesem Kind in der Krippe beschenkt werden. Das Kind in der Krippe beinhaltet. Das Kind in der Krippe ist für Alan Wein. Und wir haben auch nach der Krippe gefordert, Es gibt zwei thể, etc. Vielen Dank.